Eckestein vergibt Werder Sieg. Was für ein Comeback bei der Bundesliga-Home-Challenge. Den muss er machen, den wacht er und in letzter Sekunde holt er sich den Sieg dem Handwerker. Nachdem der Ball in der echten Bundesliga aufgrund der Corona-Pandemie ruhen muss, rollt er in der virtuellen Welt. Bei der FIFA Bundesliga-Home-Challenge treten E-Sportler, Fans und Fußballprofis an der Konsole gegeneinander an und das mit teils größtem Unterhaltungswert. Die Zaro stochert das Ding über die Linie. Für Werder Bremen legt der aktuelle deutsche Meister Michael Megabit-Bittner gegen den 1. FC Nürnberg mit 3 zu 1 vor. Ein eigentlich gutes Polster für Werder-Profi Maximilian Eggestein. Der U21-Vize-Europameister sah sich im Duell mit Tim Handwerker. Und der sorgte für eine echte Sensation. Jetzt steht hier Eggestein etwas besser. Und was ist das denn? Den macht er richtig gut. Schöneren Reckback. Und dann mit voller Wucht ins Eck. Gute Ballrolle nochmal in die Mitte. Richtig gut. Und Parflenker. Parflenker einmal, aber den Zweiten kriegt er nicht. 1 zu 2. Und damit die Führung für Tim Handwerker. So, klasse Ball. Das könnte jetzt wieder richtig gefährlich werden. Ist im Strafraum schön angehalten. Und die Wittgenblock von Topberg ins eigene Tor. 1 zu 3. Alles egalisiert. Alles wieder ausgeglichen. Und wir haben noch Zeit. Und Eggestein schwimmt. Der hier eine richtig gute Partie eigentlich in Halbzeit 1 gemacht hat. Der schwimmt komplett. Er bekommt es gerade nicht verteidigt. Und da ist er wieder dran. Den muss er machen. Den macht er. Und in letzter Sekunde holt er sich den Sieg. Tim Handwerker. 4 zu 1 für den Klub. 4 zu 1 für Handwerker. Eggestein gibt bei seinem ersten Spiel den Sieg für Werder doch noch aus der Hand und kassiert eine empfindliche Niederlage. Trotz Megabitsvorarbeit gewinnen die Nürnberger das gesamte Duell mit 5 zu 4 und feiern das bislang überraschendste Comeback der Bundesliga-Home-Challenge. 2 zu 1 für den Klub.